Zwei, eins. Hallo und herzlich willkommen zu Deiner Runde Minecraft BVB. Zum Beispiel spielen wir mal ein kleines 2 vs 2 Turnier auf dem T-Mobile Server mit dem Niklas. Guten Tag. Und ja, ich habe hier ein ganz schönes Kit gemacht, was ziemlich unübersichtlich aussieht, wenn man uns in den Tag guckt. Und zwar ein Jumply-Kit. Oh. Sup es nicht an. Guck. Guck die Endstellungen. Ja stimmt. Voll der Bug. Alter scheiß die Molie. Ich ange alle weg. Hilfe Niklas, Hilfe. Ja, alles easy. Oh du hast ihn. Ja locker. Jetzt sind TNTs auch an, nicht vergessen. Jumply-Kit auf Team Molie. Jumply-Kit auf Team Molie. Oh Gott. Er hofft die Clique an den Titel auszudenken. Aber guck mal, die kann die super instant essen. Jumply-Kit auf Team Molie. Warte mal. Kann man sie wieder super heilen? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Weiß ich nicht. Warte, du hast gerade kassiert. Probier's gleich noch. Oh. Nee, kann man nicht. Du kannst dich super können in diesem Kit nicht heilen. Ja, stimmt. Aber man kann sie instant essen, wenn man Hunger hat. Pass auf Niklas im Salern. Ich hab ein Herz. Ich auch. Oh, ich bin tot. Okay, diesmal probier ich nichts aus. Irgendwo am Rand. Ich konzentriere mich jetzt auch noch ein bisschen. Oh Gott, die Map. Pass auf. Wo ist denn die Angel schon wieder auf den Neuen, ey? Niklas? Hä, ich bin wieder tot. Ja, das staut er mich ab. Wie ein Jump League. Wie ein Jump League, ey. Das ist wirklich Jump League, ey. Es ist einfach Jump League. Ich suche mir wirklich auf die Moya, wollen wir noch nachgucken? Es geht weiter. So, auf jeden Fall suchen wir es raus machen. Bei den Schuhen steht sogar Jump Pro. Alter, geil. Ich hab alles gedacht. Das hab ich Mühe gegeben. Warum es eigentlich? Aua. Sag doch was. Man kann kein TD platzieren. Haha, kein TD platzieren. Okay, das war echt mein Fall. Okay. Alter, leicht. Schass. Hä, man kann, das ist ja voll scheiß. Man kann kein TD platzieren. Aber, wenn ich die Einstellung ausmache, dann kann man ein Blöcke abbauen. Ja. Nein, das ist eigentlich ein bisschen blöd. Da hat sich Tim ja nichts mehr gedacht. Morgens, Niklas ist auch Support, Alter. Niklas ist nur noch Support. Die Moya News. Oh. Ich bin da. Oh, fast. Da bist du nicht. Fast, hab ich gesagt. Herkommt. Oh, ein Glück du. Hoja. Oh, ja. Oh, ja. Ein Herz. Weiter geht's. Auf der Map von? 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 Ja. Von aktuellen Blauers. Ah. Die gute alte Tango Ichoko Yoko Oni. Ah, ein Mädchen. Ehh. Ein Mädchen. Ehh. Ehh. Ein Mädchen. Ja, aber ich kann in dem Kit auch, ja gut. Ich kann in dem Kit auch nicht so Blöcke ab und ab machen, sonst könnte man sich zum Beispiel auch eine Workbench setzen und dann Eisdrecker craften. Ich hab nämlich einen Stick und eine Eisen jeweils. Bünd. Achso, du gehst oben lang. Achso, gehst ja direkt raus. Achso. 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 Aber spielen wir im Konen auch nicht selbst. Hm. Hä? Was macht der denn da? Ich weiß es nicht. Macht er einen Screen? Mädchen im Screen. Ich bin mit dem Mädchen im Team. Und wie zum Lachen zu bringen, ich sterbe. Leute, der denkt. Nein! Was ist das Ding? Was machst du da? Alter. Wir müssen gewinnen, ne? Scheiße. Stimmt. Oh mein Gott. Oh ja, Niklos. Was ist das für eine Map? Ich weiß es nicht. Nein, nicht ganz runter. Ich würd sagen Allee. Okay, dann sage ich, ähm, äh. Ne, nicht Allee. Allee ist direkt gegenüber. Hier, äh. Hier Brücke. Oh. Die gleiche wie vorher. Das kann ich wie hier heißt. Oha. Ops. Auf. Ja, also jetzt. Wir haben vier Pfeil. Jetzt müssen wir uns mal anstrengen. Ja. Okay, die verschießen. Sammeln Pfeil ruhig auf, ne? Wenn sie an dem schießen. Ja man. Weiter Treffer. Ja, Low Ground. Ja. Ja. Die Lille haben wir ganz erst was downen, ne? Ja. Okay. Ich muss auch essen. Oh, erst down. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, Kali vorbei. Oh. Kali vorbei. Direkt in die K.O. Ja. Oh Mann. Oh Mann, hier ist ja richtig ab. Oh, essen, essen. Aber ich muss schon essen zumindest. Hä, ist das nur einer? Ist das nur einer? Ah. Oh. Okay. Ja, ich mach. Hast du ihn getroffen damit eigentlich gerade? Ja. Hm. Na gut. Mann, ich mag das Magic Book einlösen, ey. Ich rieche ganz weit drauf. Warum geht das nicht? Ah, er killt mich ja noch. Nein, du da nicht. Du da nicht. Oh. Jo. Geil. Boah. Intense Mann. Soll ich nochmal machen? Ja Mann, richtig krank Mann. Ja, mach Mann. Mann Mann Mann. Alter. Jo. Ey. Soll ich dich abschliessen? Ne. Okay. Ja, nice. Huh. Das wird immer so. Ich denke jetzt. Oh. Bei Niklas ist ja auch drin. Ja, der Niklas. Der Niklas. Was? Gib mir mein Boxer an und bei Niklas. Loil. Loil. Und dann das quatschgeschrieben. Ja. Ist wohl nicht so schlau. Puh. Jetzt haben wir dir an dem geschossen im Fall da. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Niklas. Niklas. Alles gut. Loil. Da geht er weiterhin auf mich. Ich geb mein Kombo des Todes. Wer ist tot? Ich treff ihn nicht. Er ist auf dem Kaktus. Niklas. Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Oh. 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 Boah. Bei mir lags grad. Bei mir nicht. Ich hab ein Map aufgenommen. Oh jo. Na ja, der Emre. Das war random. Pass auf, ne. Wir sehen jemanden. Scheisse. Außer dich. Oh. Ich verstehe nicht. Warum? Wir sind dahinten. Ich versteh echt nicht, warum ich immer noch auf 1.8 spiele, ich bin 1.8. Schau doch auf! Na kommst du jetzt? Ja. Hat man. Du auch, sehr schön. Sehr schön. Oh! Intens. Ah, geht's so. Das sagst du auch jetzt schon zweitens. Ja. Intens. So, da geht's. Oh, da geht's. Oh! Warum haben die auch Partner-Skits eigentlich? Oh, die Map. Wer ist denn das? Bleib bitte leise, okay. Das wollte ich nicht mal sagen. Pass auf, pass auf, da kommt, da kommt. Na gut, da hab ich gesagt. Du lebst noch, ne? Nein. Ach, du bist gestorben gerade? Ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Sei bitte leise, ist eigentlich ganz gut. Oder auch nicht. Äh, das war ein Spaß, das war ein Spaß. Das war ein Schatz. Das wäre ein Ernst. Lass sie ruhig die Pfeile verschließen. Pass auf, pass auf nicht, dass sie wieder gleich auf dich gehen. Ich geh auf, sei bitte leise. Ich bin down. Wieso, warum? Alter. 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 Monster, du Tier. Alter. 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 Feldbewusstsein soll nicht sowas sagen. Oh Mann. Weiter geht's. Gegen Crime. Warum die Map? Mann, das ist die Einzige, die mich ausgestellt hab von allen. Pass auf. Das Einzige, die Blackjack anhat. Ja, eben. Das ist ja das Schreckliche, ne? Ey, diese. Alter, dieser. Die eskalieren. Gar kein Bock mehr, ey. Oh Gott. Pass auf, die gehen weit auf dich. Ja, echt? Ups. Oh Mann. So ein schlechter Teammate. Na, ich kann nichts machen. Okay. Ich musste es. Mann, warum die Map? Das gibt's nicht. Das gibt's überhaupt nicht aufgera... Ausgelegt aus so ne Map. Ja. Ist echt so. Das sieht man wieder nur an der Map. Ist halt echt so? Hast du den Blackjack schon gut getroffen? Ich auch. Ah, ich werde auch gut getroffen. Pass auf. Hab Blackjack. Ich hab mal halbes. Schlag ihn. Ich hab auch nicht mehr viel. Ich hab nichts mehr. Ich hab drei Herzen. Ich hab mal halbes. Er ist... Er ist on love. Er sammelt die Pfeile allein. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich hab keine Pfeile mehr. Hier liegen auch keine Pfeile mehr. Oh, er hat daneben geschossen einmal. Ich werde die Pfeile nicht aufsammeln. Ich hab zu viel Crab im Inventar. Scheiße. Ups. Die waren wieder nur am Kid. Ich werde verlieren. Ich bin tot. Nein, es geht es nicht. Ich kann die Pfeile auch nicht aufsammeln. So ne Scheiße. Alter. So schlecht. GG. GG. Ja, gewonnen. Das war's mit dem... Mit dem... Was? Mit dem Turnier? Ach, stimmt. Das wollte ich sagen. Mit dem Turnier. Ich hoffe, das hat nicht gefallen. Dann hab ich sagen, wir sind's beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss. Wir haben ein bisschen lle senください. Es war ein Mensch. Schöster hoch. Ich habe ihr Abbott mit dem Leider Baby drauf gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020